Oh, Treasure Hunt. Schauen wir mal, was das ist. Hi! Hast du mir was zu sagen? Nö. Gehen wir mal hier hinter. Aha. Oh. Gott. Wasser. Was ja auch so schwer ist, wenn man eine Feder hat. Boah, ist das schwer. Boah, das ist so schwer. Mir bluten die Finger schon. Okay, da nützt mir die Feder allerdings jetzt nichts. So, da sind wir schon mal durch. Und dann müssen wir hier runter. Hier hinten ist... Moment, ich mach mal hier ein Safe State. Autsch. So, hier mach ich mal ein Safe State. Ach komm, ich geh jetzt mal da rein. Ah, guck mal da. Okay. Also, das war auch nur optional. So, hier muss ich durch. So, hier machen wir wieder langsam. Ich will meine Feder ja nicht verlieren. So. Wow, langsam. Auf die Münze verzichte ich gerne. So. Und hier ist wieder ein Launcher. So. Dann geht's wahrscheinlich nach oben. Ist euch das mal aufgefallen? Überall da, wo Yoshi-Münzen sind, geht es nicht weiter oder man muss ein Stück zurück? Haha, das nützt jetzt auch voll was, ne? So. Wartet mal, jetzt will ich mal wieder was ausprobieren. Ah, okay. Ich kann laufen. So, safe. Na, komm schon. So. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. So. Ramps und da rein. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel... Moment. Safe. Jetzt will ich was wissen. Aha. Ah, okay. Safe. Hey. Lalalalala. Ah, jetzt sag ich nicht, das war... Das war der blaue Switch. Du, du, du. So. So. Was können wir denn jetzt noch machen? Normalerweise ist ja... Da noch was. So. Ich hab's jetzt dann doch mal rausgeschnitten. Wo geht's denn da jetzt eigentlich lang? Äh, Moment. Ach so, ja, genau. Ja, genau. Äh, was haben wir denn als nächstes? Ne? Phantos-Manchas. So. So. Da werde ich jetzt... Noch... Einen... Zweiten State picken. Und zwar die 5. Weil die 1 und die 2 schon besetzt sind. Save. Und... Pick State 0. Save. Und... Config... Save. Ähm... Pick State ist F3. 2, okay. So. Dann gehen wir da jetzt mal rein. Weil... Ich will dieses Level jetzt auch mal schaffen. Aber mit Federn. So. Können wir Fanto nicht einfach zerstören? Lalalala. Fanto ist diese bescheuerte Maske aus Super Mario Bros. 2. Ah. Und da kommt jetzt diese fiese Stille, ne? Ne, nicht ganz. Doch. So. Save. Huhuhuhu. Das war so... Arschknapp. Das war so... Ja, das war ein Mancher. Den kriege ich so nicht kaputt. Aber den hier kriege ich so kaputt. So. Was haben wir hier? Nein, ich will die Blume nicht. La-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di. Da-di-di-di. So. Save. So. Jetzt hatten wir... Was habe ich gesagt? F3? Ähm. So. State 5. Und... Oh. F3. und State 0. So, weil hat den einfachen Grund, da kommt nachher wieder diese verfickte Stille, Entschuldigung, für das verfickt. So, wo ich, das ist nämlich genau hier, das genau timen muss. So, einmal, okay, saven wir mal hier. So, einmal kurz Touch und das war zu wenig. So, ich krieg das hin. So, Save und, ach, ich bin oben. Save So. Ach, das ist wieder so eine scheiß Timingsache. Moment. So, save. Du gehst mir weg da. Äh, ja. Save. Oh mein Gott, so weit war ich in diesem Level ja noch nie. Oh mein Gott. Das ist so klar. Das ist so klar. Es ist so klar. Ich hab das Gefühl, langsam, das ist ohne Feder gar nicht machbar. Save. Oh mein Gott. Save. Was haben wir denn hier? Blume. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ähm. Ja, man sollte vielleicht doch erst mal ein bisschen warten. Denn der Nachteil an diesem Level ist einfach, es ist Scrolling und Scrolling Levels sind scheiße. Oh mein Gott, 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 oh Oh fuck, oh fuck, oh fuck. So, jetzt machen wir hier nochmal F3, oh, F3, nicht F2. Machen den 5, machen hier ein Save, machen wieder F3. Gehen zurück auf die 0, machen hier wieder ein Save. So, und langsam, so, Save. Ja, das war der Schrott jetzt. So. Was war das denn? Äh, ich konnte ja eben praktisch gar nichts mehr machen. Ähm, Save. Äh. Nein. So. Save, ho, 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 save, 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 save das Mikro ausmachen. Somit hat mein Hals wieder mehr Luft. So, ich werde jetzt nur diesen Ring hier ausziehen. Lightning Strikes. Das hört sich nach Blitzen an. Oh Gott. Moment mal. Was ist das für eine Mucke? Ach du Scheiße. Ähm. Und was hat das jetzt mit Blitzen zu tun? Ah. Okay. Okay. Verstanden. Ist ja was hier. Komm her. Komm, 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 komm. Save. Hier rüber. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass ich hier gleich einen Knopf drücken muss. Und, äh, save. Ist hier unten was? Nö, hier ist der Tod. Nur kurz aufzuwerfen. So, save. Aha. Okay. Ähm. Was war das denn jetzt? Ähm. Da werden wir gestorben. Hier haben wir bestimmt eine Blume drin. Moment. Oi. 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 Eine Feder. Wie komme ich denn zu der Ehre? So. Nee, hier bin ich verkehrt. So. Ähm. Ja, wie komme ich da jetzt wieder nach oben? Rewind. Nochmal rewind. So. Dann gehen wir einfach hier rüber und folgen den Münzen. Hehe. Ich kann die Blitze zerstören. Okay, wartet mal. Wartet mal. Bummi, 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 bum, bum, bum. Okay. Bäm. Oh mein Gott. Hier haben wir nichts. Aber die Musik hier, die ist schrecklich. Die ist echt schrecklich. Okay, kann auch sein, dass es irgendwas Stereomäßiges ist und ich das ja nur auf einem Ohr höre gerade. Ah, dafür war die Feder. Zack, zack. Zack, zarrab. Ach, verdammt. So. Will ich hier rüber? Ah, da ist ein Schlüsselloch. Da ist ein Schlüsselloch. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Wo, wo, wo? Huch. Freunde. Wisst ihr, was für ein Geräusch das war? Mir ist soeben ein Glas auf den Boden gefallen. Ja. Das soll auch mal vorkommen. Äh, ja. Einen kleinen Moment. Es geht sofort weiter. Mann, bin ich eben erschrocken. Ähm. Es geht sofort weiter. Einen Moment. So. Ähm. Alles klar. Ne, nicht, dass ich da jetzt gleich reintrete oder so. Gut, Schluck trinken könnte man auch noch. Alles klar. Boah, bin ich eben erschrocken. How ever. So, dann machen wir hier nochmal weiter. Das ist so geil gerade. So. Also die Level hier machen keinen Spaß. Bombe, 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 bombe. Oh mein Gott. Ähm. So, save. Äh, was war das denn? Wir haben hier ein paar Layer-Probleme. Ähm. Äh, äh. So, ich möchte dieses Sprungbrett haben, um hier hoch zu kommen. So, jetzt schauen wir aber erstmal hier links. Ah, schau mal da. Wo war denn jetzt das Schlüsselloch? Und warum fangen meine Augen gerade an zu tränen? Ich weiß es nicht. Ich muss weinen. Da oben war das Schlüsselloch. So, und dann müssen wir diesen Scheiß-Level, diese Scheiß-Level sogar nochmal machen. Ach du Scheiße. Wow.